Wir haben einen Mann verloren. Belassen wir es dabei. Zielperson verschwunden. Zählt mal durch. Bewegung! Tja, den Deckenbereich kannst du jetzt gerne scannen, aber da wirst du nichts finden im Deckenbereich. Weitere Verwundete bei meiner Position! Aber die da hinten, die denken sich... Oh, nö, lass mal. Wie cool die da auch an der Decke hängt. Total geil. Macht einen aber ein bisschen Kirre hier, wenn man alles auf dem Kopf spielt. Muss ich ja mal sagen. Da wird ein bisschen Banane von. So, jetzt fehlen mir nur noch die. Aber an die kommen wir nicht dran, weil die hier genau dahin gucken. Na komm, Tigerwache. Machen wir was anderes. Laufen wir irgendwo lang. Vielleicht sogar hier hin. Genau. Komm mal hier um die Ecke. Komm mal her. Komm her, Junge. Komm. Nicht? Du willst nicht? Du willst lieber dahin? Okay, dann halt hier lang. Ei, ei, ei. Mit den Füßen um den Hals. Miau. 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 Tiger 54. Wir haben nicht Kontakt und können bestätigen, dass das Ziel im Stahlberg ist. Ich wiederhole, Batman hat das Stahlberg betrieben. Gut. Setzen Sie das Stahlberg auf die Liste der wichtigsten Ziele. Protokoll 10 wird sowohl Batman als auch Joker vom Angesicht der Erde fehlen. Oh, oh. Das klingt nicht gut. Das Stahlberg ist nun ein Ziel der Prioritätsstufe einfach rot. Anzahl der Boxen um 500% erhöht. Machen Sie die Kauten dann aus. Verstanden. Noch drei Sekunden. Zwei. Bitte? Eins. Das war ganz schön laut. Weiß auch immer das war, das war ganz schön laut. Mit Gegner vom Boden, da sind noch nicht gerechnet, gibt's doch zu. Oder sehen die mich hier? Ne, ne? Zack. Die Zielperson ist unter uns. Ist das so? Die Zielperson? Wer ist denn hier die Zielperson? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich kenne da keine Zielperson. Ich bitte dich. Du bist aber albern. Und tschüss. Dich nehmen wir auch noch mit. Mit der ist das irgendwie besser als mit Batman. Der Ärmste. Wird das ganze Gemaunse dann danach? So, dann werden wir uns mal ganz gemütlich. Ganz, ganz gemütlich. Ganz. Ey, wie cool ist das denn? Guck mal. Das ist ja wieder geiles programmiert. Die Kamera, die man hier vorne sieht, die filmt ja mal hinherlaufen und man sieht genau das. Wenn ich mich hier wild hin und her drehe. Ach, das ist ja geil. Schlau gemacht. Und warum sind hier so viele Käfer? Warum sind hier so viele Käfer? Und was sollen das für Käfer sein, bitte? Was sind das? Wo wollen die hin? Ähm. Bin ich ganz geheuer? Ehrlich gesagt? Hm. Naja, wir machen mal weiter. Protokoll 10 ist ja gar nicht in Kraft getreten. Das kann nichts Gutes heißen. Deswegen, äh, gehen wir mal hier rein. Anscheinend hat das Kätzchen die Sahne gefunden. Ich glaub kaum. Hm. Das sieht nicht gesund aus. So, erstmal Ivys pflanzen. Neue Idee. Na dann, versuch mich mal mit deinem Gestrüpp einzufangen. Hm. Ich warte. Äh, Catwoman? Oh, und tut das sehr wie, Ivy. Catwoman? Das war nicht klug. Das war gar nicht klug. Warum machst du das? Bist du doof, hey? Dumme Katze. Es sieht aus, als hätten wir unseren Eindringling. Erteilt ihr eine Lektion. Na toll. Oh, das ist ein ausgesprochen guter Tag. Badman wird schon bald tot sein. Und jetzt hab ich auch noch sie. Miss Kyle. Woher kennt ihr den Namen von ihr? Okay, ich muss mich erstmal hier um die einzelnen Billigtypen kümmern. Aua. Mann. Mann. Mann, ich hab doch Y gedrückt. Willst du mich veräppeln, Selina? Mach doch mal, was ich von dir will. Komm schon. Mann. Manchmal frage ich mich, ob das deren Ernst ist. Okay. Ich muss mal eben weg hier. Nein. Ah ja. Das geht natürlich... MMMM! Da kam nochmal einer. Scheiße. Scheiße. Scheiße, Scheiße. Eine Flucht aus Arkham City ist unmöglich, Catwoman. Anscheinend hat das Kätzchen die Sahne gefunden. Na dann, versuch mich mal mit deinem Gestrüpp einzufangen. Ich warte. Wie fühlt sich das an, Ivy? Nicht gut fühlt sich das an, denke ich. Ah, jetzt kann ich überspringen. Sie. Wo tritt ihr denn hin, die Alte? Guck mal. Guck mal. So, machen wir das diesmal ein bisschen besser. Und tschüss. Geht doch. Wir haben Sichtkontakt. Der Stahlberg wurde getroffen. Ich wiederhole, der Stahlberg wurde neutralisiert. Bitte was? Neutralisiert? Warten Sie, bis Protokoll C abgeschlossen wurde. Und schicken Sie dann eine Grupperei, um Batman's Leiche zu werden. Verstanden, Sarah? Fliehen wir mit der Beute aus Arkham City. Ach, einfach durch die Tür, oder wie? Ich frage mich gerade, was drin ist. Und wir haben Ivy definitiv nicht... Kann ich hier wirklich einfach so rauslaufen? Ich bezweifle das eher. Ehrlich gesagt. Aber anscheinend kann ich hier einfach rauslaufen. Äh. Holy Crap. Hey, Selina, du schaffst das. Geh einfach und lass ihn zurück. Ist ganz leicht. Du verzeihst dir das nie, Selina. Rette Batman und dann raus hier. Er ist Batman. Ist ja nicht so, dass er sterben würde. Habe ich jetzt die Wahl, oder... Habe ich nicht die Wahl? Habe ich die Wahl, oder habe ich nicht die Wahl? Gehe ich jetzt einfach... Nein, ich rette Batman natürlich. Hallo? Du musst Batman retten. Das ist eine blöde Frage. Selina, also wirklich. Natürlich gehe ich Batman retten. Was ist da eigentlich drin, Manni? Ach komm, ich gebe Batman retten. Seit wann hast du eigentlich ein Gewissen? Schon immer. Tür verschlossen. Als Frau hat man nichts als Arbeit. Halt durch, mein Hübscher. Ich werde dich retten. Kann ich die wieder aufleben? Ne. Jetzt habe ich mich einmal dafür entschlossen, ne? Ja. So, komm Batman, ich rette dich. Sobald ich den Eingang gefunden habe, dahin. Und dann mache ich mich. Großartig. Siehst du, was ich für dich aufgebe, Batman? Wehe, du bist schon tot. Ha. Wehe, du bist schon tot. Ich hoffe nicht. Oha. Das ging aber schnell. Tja, wen haben wir denn da? Ich bin aber schnell hingekommen. Okay. Ich dachte, du könntest meine Hilfe gebrauchen. Hast recht. Glaube, ich habe mir einen Nagel abgebrochen. Bleib du lieber grüblerisch. Die Witze übernehme ich. Ich schätze, wir wissen jetzt beide, was Protokoll 10 ist, nicht wahr? Wenn du es stoppen willst, wirst du dich beeilen müssen. Wer ist mal mit einem Danke? Betz? Wie wäre es mal mit einem Danke? Äh, ja. Will ich wissen, was da abgeht? Ich glaube nicht, ne? Kann ich hier rauslaufen? Ach, herrlich. Oh Gott. Habe ich auch nicht vor. Mein Gender aktiviert sich nicht. Leite sofort alle Waintec-Satelliten um und verstärke das Signal. Das kann ich nicht tun. Ich weiß, dass es nicht leicht für Sie ist, Sir. Aber wiegt dein Menschenleben schwerer als der Tod von tausend anderen? Tu das nicht, Alfred. Batman muss Gotham retten. Tut mir leid. Aber tief in Ihrem Herzen wissen Sie, dass ich recht habe. Ach, verdammt. Oracle, verliere auf keinen Fall Thalias Signal. Okay. Der Toom ist verriegelt. Ohne Codes komme ich nicht rein. Einer der Hubschrauber wird das Hauptsteuerprogramm einsetzen. Ich muss den Hubschrauber nur noch finden. Äh, okay. Brich zur Ohresplattform durch. Ich nehm dir Treffer. Mehrere Insassen gefallen. Ich scanne die Hubschrauber. Wichtigstehliche Treffer. Insassen wurden neutralisiert. Ne. Hänge ich mich mal hier dran, ne? Ziel wurde getroffen. Das ist alles nicht so gut hier. Glaube ich. Den habe ich schon, ne? Werde Rezile neutralisiert. Große Anzahl von Leid. Alter Finne, hier ist alles tot. Was sind das für ein Spiel, ey? Geht denn ab, Junge? Was geht denn ab, Leute? Was geht denn ab? Ziel wurde getroffen. Okay, dann wollen wir mal da rüber hin. Drücken hin. Hier ist auch alles im Arsch, ne? Ich melde mehrere Treffer in Sektor 2. Ah, nicht den, den. Wärmeabtastungen des Bereiches Zeichen 15. Korrigiere 17 Tote. Mein Gott. Ist dir der der Haupthubschrauber? Ist dir der Haupthubschrauber? Ist dir der Haupthubschrauber? Vielen Dank.